Hä? Hey Leute! Habt ihr noch nie was von Privatsphäre gehört? Ach manno! Hm, aber... Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt! Und bevor wir zu Vitamine und Sandex gehen... Hm, es wird mich sehr sehr glücklich machen, wenn ihr diesem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben gebt und falls ihr noch kein Teil von Team Daniel seid, dann könnt ihr jetzt diesen Kanal abonnieren und ja, das wird mich auf jeden Fall mega freuen! Und Leute, kommentiert nach dem Video einen netten Kommentar mit dem Hashtag Team Daniel und dann habt ihr die Chance, ins nächste Video zu kommen! Ja, und ich würde sagen, es ist schon Zeit! Ich wollte heute noch zu Vitamine und Sandex gehen, aber wie ihr schon gesehen habt, ich habe hier eine neue Tür und eine neue Toilette! Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr die Toilette! Und Entchen Momo ist auch da! Jo! So! Dann mache ich mich mal auf den Weg! Ich hoffe auch natürlich, die sind zu Hause! Weil manchmal ist Vitamine nur da, manchmal nur Sandex! Ich hoffe, die sind beide zu Hause! Hallo! Wie ist denn da? Daniel! Hey! Wie geht's dir? Mir geht es bestens dir! Mir geht's auch gut, weißt du? Ich habe gerade noch Kaka gemacht, aber... Oh! Okay! Ja, wieso klingelst du denn Daniel? Ich wollte dich fragen, ob du Zeit hast! Ähm... Ja! Zum Spielen habe ich immer Zeit, Daniel! Gerne! Super! Wollen wir noch Vitamine fragen, ob der Zeit hat? Ja, wenn er zu Hause ist! Ich weiß ja nicht, ob er zu Hause ist! Wir können ja mal schauen! Ja! Hoffen, er ist zu Hause! Ja, ich sehe doch schon... ...schläft! Vitamine! Ich war am Essen! Hey, hör auf zu schmatzen! Na gut, dann tue ich schnell mein Essen wegpacken! Ey, ist jetzt so böse! Du bist selber böse! Dürfen wir reinkommen? Ja, natürlich! Kommt rein! Cool! Party bei Vitamine! Hey, aber nicht dreckig machen! Das ist der neue Peppich! Okay! Hm, Vitamine? Ja? Hast du Zeit? Ja, natürlich! Wofür? Wofür denn? Ja, wir wollten spielen! Äh, ja gerne! Daniel, du weißt ja, und Sandex, ähm, wir müssen ja nächste Woche zur Schule! Wollt ihr die eigentlich mal sehen? Ja, wurde die schon fertig gebaut? Ja, gestern wurde die fertig gemacht! Und wo ist die? Ähm, warte! Die kann man eigentlich gar nicht mehr sehen, Daniel! Oh! Die ist so groß! Aber Daniel, wir müssen alle noch einen Führerschein machen, dann können wir immer hier langfahren mit Auto! Genau! Yeah! Könnt ihr denn schon Auto fahren? Nein! Leider noch nicht! Nee! Ich kann nicht mal Fahrrad fahren! Ja, bringen wir dir noch alles bei! Ja! Okay, gut! Hihi! Oh, die Schule ist aber mega groß für uns drei! Wow! Ja, aber wir sind ja nicht die einzigen, die reingehen! Guck mal, in das Fenster rein! Wow! Schau mal! Ein Lucky Block Raum! Das ist ein Lucky Block Raum! Das sind Lucky Blöcke! Oh Gott, ich will da unbedingt rein, aber ich glaub, die hat zu, oder? Aber es ist, ja, es ist verschlossen! Haben wir dann Lucky Block Unterricht? Glaub schon! Oh, das wäre, das wäre richtig cool! Ja! Dann können wir zu dritt immer den Unterricht gehen und was über Lucky Blöcke lernen! Aber nicht, die ist zu! Ich komm hier nicht rein! Oh! Ja, vielleicht morgen! Wir können ja mal schauen! Ja! Aber, hm, ein Autohaus wurde hier doch auch gebaut, oder? Stimmt! Ich seh's sogar von hier! Von hier sogar! Ja! Ich glaub, ich seh's auch schon! Sollen wir da auch noch schnell hin? Ja, komm bitte! Mal gucken! Okay! Weil deine Zuschauer, die müssen auch wissen, was hier neu ist, ne? Ja, stimmt! Ja! Und so viele Sachen gebaut in der Stadt und die Stadt wird immer und immer größer! Stimmt! Guck, da hinten ist das Autohaus! Wow! So viele Autos! Das ist ein Traum! Wow! Ich will sehen! Schau mal! Wow! Daniel! Was denn? Weißt du, wir machen ganz schnell bei den Führerstellen! Ich glaub nämlich, Sandex hat ihn ja schon! Ja, ich kann schon Autofahren, möchte ich sagen! Cool! Wir machen den beide und dann kaufen wir uns ein Auto, oder? Ja! Hey, guck mal, das ist ein Ferrari! Und guck mal, das ist ein Range Rover Mansory von Aperolette! Oh! Sieht ja süß aus! Ja! Ich glaub, so ein Auto kaufe ich mir! Ich möchte so ein gelbes mal haben! Ich glaub, ich hol mir so ein Ferrari! Hm, das gelbe sieht aus wie Do-Vitamine, oder? Ja! Das würde richtig gut zu mir passen! Ja! Aber die sind bestimmt auch teuer, Freunde, ne? Ganz viele Diamanten kosten die bestimmt! Ja, da müssen wir sehr viel arbeiten gehen! Ja, ja! Das machen wir aber zusammen, schaffen wir das schon! Aber Freunde, ich muss euch noch dringend was zeigen an meinem Laptop! Ja! Oh! Das neueste Video! Ihr müsst das mal sehen! Okay! Jetzt bin ich neugierig! Ach und wir haben ganz vergessen, wir haben doch einen neuen Spielplatz! Wollen wir den noch zeigen? Ja! Okay! Kommt, Freunde! Am besten! Wo ist der denn überhaupt? Da! Da können wir immer zusammen spielen! Freunde, ihr habt bei Daniel auch alle in den Kommentaren geschrieben, Spielplatz wäre richtig cool! Oh ja! Ja! Ich rutsche! Oh! Ich schaukele! Oh! Ey! Die schaukel ist ein bisschen kaputt, Daniel, glaube ich! Die muss man da reparieren! Aber Daniel, du kannst dich hier hinsetzen! Hier kannst du schaukeln! Guck mal! In der Mülltonne? Nein! Nein, Daniel! Hier mit dem Reifen! Coole Mülltonne! Aber Vitamine? Ja, was denn, Daniel? Was wolltest du, Sandex, von mir jetzt eigentlich zeigen? Stimmt! Mein neues Video! Kommt mal ganz schnell mit! Ganz, ganz schnell! Okay! Was ist das denn für ein Video? Lass dich überraschen! Oh, ich bin zu neugierig! Das muss aber was richtig cooles sein, Vitamine! Und zwar, ihr habt mir immer nicht geglaubt von dem Geist! Da seht ihr jetzt mit eigenen Augen, dass das der Geist war! Guck mal! Das glaube ich dir nicht! Doch! Zeig mal her! Okay! Da hast du recht! Boah! Was ist das? Was ist das? Hey Leute! Hä? Was war das denn? Ich hab nicht gepupst, Leute! Nie! Habt ihr das gemerkt? Das ganze Haus hat sich bewegt? Das war ein Erdbeben! Was ist das Erdbeben? Sicher? Ganz schnell raus gucken gehen! Was war das? Ja, hallo? Hat jemand von euch gepupst? Nein! Oh, Daniel! Dreh dich nicht an! Hinter dir! Hinter dir! Dreh dich nur ganz langsam um! Ganz, ganz langsam! Pass auf! Nicht in die Augen schauen aber, Daniel! Nein, Daniel! Pass auf! Oh, oh! Ich versteck mich! Ich versteck mich! Nein! Nein! Ich hab mich versteckt! Nein! Wird das hier ein Troll von euch? Ich versteck mich! Ich versteck mich! Nein! Ich versteck mich! Daniel, sei ruhig! Guck nach hinten! Ich will mich auch verstecken! Ja, okay! Sei einfach leise! Oh mein Gott! Ja! Daniel! Das ist Hierobrine! Und ich dachte immer nur, das wäre eine Legende! Er guckt mich an! Nein! Guck mich an! Nicht in die Augen gucken! Nicht in die Augen gucken, Freunde! Das ist wichtig! Oh oh! Hat jemand von euch zwei noch Waffen oder Rüstung? Ich hab noch was bei mir zu Hause! Ja, aber da müssen wir uns ganz langsam hier lang schleichen! Nein, ganz schnell! Sonst schnappt der uns doch! Nein, Daniel! Daniel, pass auf! Was macht Daniel? Okay, schnell, schnell! Er kommt! Nein, er kommt! Er kommt! Schaut mal hier in die Kiste! Hat er euch auch angegriffen? Ja! Er hat mich angegriffen! Nehmt euch das raus! Das habe ich gekauft! Wow! Guck das! Ja, jetzt ist die echte Bauarbeit, oder? Hey, wir sehen alle gleich aus! Wie cool! Hey! Hallo! Das sieht richtig gut aus! Und wartet mal! Wow! Hey! Was ist mein Haus hier? Oh, es tut mir leid, Daniel! Das hat kein Problem! Okay, ich lenke ihn ab, ich renne zum Spielplatz und ihr passt auf! Achtung! Oh Gott! Pass auf dich auf, Vitamine! Ja! Wow! Was passiert hier? Ich weiß es nicht! Pass auf, Freunde! Ich muss einen Goldapfel essen! Piu, Piu, Piu! Pass auf, Daniel! Piu, 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 Piu! Nein! Wie? Warum greift denn nur mich an? Guckt mal, wie stark der ist! Guck mal, wie stark der ist! Piu, 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 Piu! Vitamine, hilf uns! Genau! Alle draufschießen zusammen! Der will unsere Häuser gewonnen machen! Der will unsere Häuser gewonnen machen! Dann ist er tot! Los, los, los! Aua! Ich muss einen Goldapfel essen! Daniel! Daniel! Los! Ich muss auch einen Goldapfel essen! Unsere Waffen sind viel, viel stärker als der! Er hat keine Chance! Gehen wir uns rein! Und? Und? Gnadeslos! Piu! Yeah! Wir haben es geschafft! Das war cool, oder? Aber war es der einzige oder kommt hier noch einer? Nein! Ich weiß es nicht! Ich glaube, das war nur einer hier! Ich hoffe es! Ich hoffe es! Ich hoffe es auch! Hey, Freunde! Ja? Ja, Daniel? Ich glaube, ich muss dringend auf die Toilette! Nein, Daniel! Nicht jetzt! Doch! Ich muss ganz solle Kaka machen! Daniel! Oh, Vitamine! Was macht denn Daniel jetzt schon wieder? Immer Daniel! Warte mal, komm mal mit ans Fenster ab! Vielleicht sehen wir den Daniel! Nee, ich glaube, jetzt ist ein extra Badezimmer in den neuen Raum! Stimmt! Oh! Oh! Boah! Boah! Daniel! Lecker! Okay, Leute! Das war es mit dem Video! Ich hoffe natürlich wie immer! Hey! Warte! Was ist passiert? Aua! Vitamine willst du kriegen? Leute! Warte! Beruhigt euch! Hör auf, Daniel! Hey! Hey! So schießt ihr mich ab! Was soll denn das? Hey! Okay, Speedstopp! Oh, Mann! Du hast mich fast umgebracht, Vitamine! Wir können nachher Paintball weiterspielen! Hey! Jetzt hör auf! Okay, das reicht! Okay! Hihihi! Okay! Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like da! Und falls ihr noch nicht abonniert habt, dann lasst auch unbedingt ein Abo da! Und nicht vergessen, ganz ganz wichtig, die Glocke zu aktivieren! Schaut unbedingt bei Centex und Vitamine vorbei! Da haben wir auch noch coole Videos gedreht! Und damit würde ich sagen, tschüss! 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 Was ist das One Piece oder? Komm schon sag jetzt mir! Seit so vielen Jahren ohne Hinweis, ja so warten wir! Ist es der Showhut oder diese Reise? Unsere treue Crew wird uns immer stets begleiten! Durch fremde Zeiten ist es die Vergangenheit! Das Geheimnis...